Willkommen, liebe Zuschauer, heute zu einem DWC-Spezial. In unserer Reihe Best Practice für den digitalen Wandel sprechen wir heute über das Thema Dialogmarketing. Wie geht erfolgreiches Dialogmarketing? Ich habe heute einen richtigen Experten dafür eingeladen, Oliver Straubel. Sie sind selber mittelständischer Unternehmer, Vertriebler und Berater seit 20 Jahren etwa im Bereich Dialogmarketing tätig. Mitgründer verschiedener Firmen, auch manche Startups. Auf das eine oder andere kommen wir heute wahrscheinlich noch zu sprechen. Es ist immer schön, wenn man auch wieder ein paar persönliche Details eines Gastes preisgeben darf. Sie haben erzählt, Sie sind erstmal in Dortmunder Jung. Mit Hacke nun Nacken, wie man bei uns sagt. Sie lieben Reisen, Whisky, Fußball und Schokolade. Jetzt habe ich mal im Studio geguckt, Whisky habe ich nicht, gefunden, aber ich habe zumindest für die Pause zwischendurch ein Stück Schokolade. Sie sind der Retter in der kalten Not, Herr Brügel. Vielen Dank. Okay, wunderbar. Herr Straubel, Sie treffen täglich auch viele Unternehmer, mittelständische Unternehmer, digitale Transformation. Man hört es täglich. Dann viele Buzzwords, Design Thinking, Internet der Dinge und so weiter. Wo drückt den Unternehmer tatsächlich der Schuh? Die Frage ist sehr gut. Wir haben das, also mit meinem Team und ich, wir sind irgendwann mal so auf den Punkt gekommen, wenn wir Unternehmer treffen. Wir stellen immer so die erste Frage, ist das schon digital oder kann das weg? Weil in den Unternehmen drückt überall der Schuh. Es ist eine große Angst da, eine große Verunsicherung und meines Erachtens nach rennen auch viele einem Hype hinterher, den die Unternehmen und die Strukturen gar nicht leisten können. Und alles muss plötzlich digital werden und man tut so, als wenn das eine das andere ablösen würde. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was gerade besteht. Und da helfen dann oft wir, mal ein bisschen Ruhe erst mal reinzubringen und eine Anamnese zu machen. Wo steht man denn und was hat man auch für Möglichkeiten? Und ja, da sind viele, viele spannende Geschichten schon erzählt, aber eine ganze Menge noch zu erzählen. Ich habe für Sie eine kleine Quizfrage in Anführungszeichen vorbereitet. Mal gucken, ob Sie davon schon mal gehört haben. Jetzt bin ich gespannt. Haben Sie schon mal von dem Cloutrain-Manifest gehört? Das haben Sie mir wie Schnee. Nein, wunderbar. Ist auch schön, wenn man selber einem Experten etwas Neues erzählen darf. Das wurde 1999 von vier Amerikanern formuliert. Und zwar ist es der Titel einer Sammlung von 95 Thesen über das Verhältnis von Unternehmen und ihren Kunden. Im Zeitalter des Internet. Wie gesagt, schon eine ganze Weile her. Aber dieses Manifest hat damals schon sehr vorausschauend eine Aussage formuliert, nämlich Märkte sind Gespräche. Das würde ich unterschreiben. Ist das im Grunde genau der Kern, wo man sagt, okay, das ist auch digitale Kommunikation, Märkte sind Gespräche? Ich würde das sogar noch, also das würde ich erst mal auf jeden Fall unterstreichen, sehr, sehr vernünftig. Und Märkte bestehen aus Kundenzugängen. Und nur wenn ich einen guten Kundenzugang bekomme, kann ich überhaupt meinen Markt definieren oder habe überhaupt eine Berechtigung auf einem Markt zu sein. Und von daher, 1995 waren die Menschen sehr weise. 1999. 1999, okay, Entschuldigung. Ja, absolut. Wenn man über Dialogmarketing spricht, fällt häufig auch das Synonym oder das angebliche Synonym Direktmarketing. Ist es das Gleiche oder ist Dialogmarketing nur ein Teil des Direktmarketings, dass wir vielleicht mal ein bisschen den Begriff näher definieren, damit jeder weiß, okay, das ist Dialogmarketing? Ja, also grundsätzlich ist Dialogmarketing, also ganz, als ich noch angefangen habe, das war so um die 2000 rum, sprach man nur von Direktmarketing. Und dann hat man irgendwann gesagt, das ist eigentlich zu direkt, weil das impliziert nämlich genau den Fehler, der bis heute noch in vielen Unternehmungen gemacht wird. Man spricht nicht mit dem Kunden und fragt ihn, was er will, sondern man sagt ihm, was er will, meint man, indem man über sein Unternehmen und seine Produkte spricht. Aber das ist meistens nicht das, was der Kunde hören will. Und beim Dialogmarketing hat man von der Begrifflichkeit meines Erachtens nach den Namen mittlerweile sehr treffend gewählt, nur ist die Umsetzung oft noch ein bisschen schwierig, denn man tritt mit dem Kunden in Dialog. Und dann sind wir wieder schon bei dem, was ich vorhin gesagt habe, bei Kunden zugänge. Und wenn ich in einen, wenn ich vom Kunden den Zugang bekomme, dass er mir erlaubt, mit ihm zu sprechen, dann bin ich im Dialogmarketing und dann habe ich es gut gemacht. Ich definiere das immer so, Direktmarketing ist das von früher, wo Unternehmen sagen, Sie sind gut und glauben Sie das jetzt bitte? Und Dialogmarketing sind die pfiffigen Unternehmen, die zuhören und den Kunden fragen, was ist denn gut? Oder auch mal sagen, eine These sagen, so ich habe das und das, was hältst du denn davon, lieber Kunde? Da fallen mir sehr viele, sehr gut gemachte Spots ein und auch eine Menge sehr schlechte. Ich will jetzt ungern den Namen nennen, weil die, die das schlechter machen, das sind potenzielle Kunden und die, die das schon richtig gut machen, haben stellenweise auch schon andere Berater gehabt. Ja, möglicherweise werden Sie durch unsere Sendung auch auf Sie aufmerksam dann. Das wäre schön. Bleiben wir mal bei Dialogmarketing, um das nochmal ein bisschen zu beschreiben. Was sind denn die tatsächlichen Ziele? Was ist der Nutzen? Der Nutzen vom Dialogmarketing, ich würde das immer ein bisschen rumdrehen. Ganz oft wird gesagt, wenn wir eine gute Dialogmarketing-Kampagne machen, der Vorteil bei einer Dialogmarketing-Kampagne ist ja, dass sie messbar ist. Aber ich sage ganz oft so, der Beginn der Weisheit ist die Definition. Das haben ja schon deutlich schlauere Menschen vor mir gesagt. Und man muss, glaube ich, am Anfang einmal definieren, was soll der Nutzen sein und was ist die Kenngröße, die ich messe? Ich finde, nicht immer ist nur Umsatz und die Conversion oder Sales Rate das, was eine gute Dialogmarketing-Kampagne ausmacht. Eine gute Kampagne kann ja auch grundsätzlich erstmal ein positives Image transportieren. Und wenn man in der heutigen Zeit mal überlegt, gibt es eine Menge, Unternehmen, die das geschafft haben und eine Menge, die das noch brauchen. Und ich glaube, mit Dialogmarketing kann man genau das erreichen, weil man ist nirgendwo näher an seiner Zielgruppe, an seinem Kunden, um den Zugang zu bekommen. Und nehmt einfach den Namen ernst. Dialog und Marketing, das darf man. Das ist nicht böse. Und ich glaube, die Unternehmen, die keine Angst mehr davor haben, auch mal den Kunden zu fragen, was ist denn eigentlich und wo stehst du denn und was sollten wir denn tun? Die haben Riesenchancen erfolgreich zu sein. Und das ist meines Erachtens nach eine richtig gute Dialogmarketing-Kampagne. Und dann, um den Bogen zu schlagen, das ist meines Erachtens nach auch das Ziel, was eine gute Dialogmarketing-Kampagne hat. Man kann natürlich auch Sales-Kampagnen abfeuern, das geht auch mal, das ist auch gut. Aber wenn du das immer nur machst, merkt der Kunde auch relativ schnell, dass er im Prinzip klatschen und bezahlen soll. Während, wenn man das sinnvoll einbindet, und ich meine da keine Manipulation im bösen Sinne, sondern im positiven, man kann ja Fan werden, ist so eine schöne Sache. Ich bin in meinem anderen Leben auch Trainer und da bringe ich bei Unternehmen oft bei, wenn sich die Abteilungen nicht kennen oder da immer Spannungen sind, einfach mal rauszugucken, was ist denn da gut und dann Fan werden von der Sache. Und ich glaube, wenn Unternehmen ihren Kunden und auch ihren potenziellen Kunden erlauben, Fan zu werden, aber nicht von oben herab und sagen, wir sind eine gute Marke, du hast mich gefälligst gut zu finden, sondern das andersrum zu machen, dann kommen sie in einen Dialog mit dem Kunden, lernen ganz spannende Dinge und können trotzdem, wenn sie der Herr der Kommunikation sind, wunderbar mitgeben, was sie eigentlich transportieren wollen. Was sind denn die konkreten Instrumente? Welche Tools werden eingesetzt für das Dialogmarketing? Im Dialogmarketing, sage ich immer, gibt es eigentlich fast keine Grenze, was Tools oder Kanäle angeht. Ich beobachte häufig, gerade in den letzten fünf, sechs Jahren, Sie hatten vorhin schon über die Digitalisierung gesprochen, dass Marketingabteilungen oder Marketer zu uns kommen und sagen, Herr Straubel oder Olli, wir müssen jetzt mal eine digitale Kampagne machen. Das mag auch richtig sein, aber wenn du Dachdecker in Eur Erkenschwick bist, dann bringt das überhaupt nichts, wenn man dich auch in München kennt. Dann sage ich immer, man muss immer schauen und worauf will ich hinaus? Man muss immer gucken, was ist denn erstmal, wer ist denn meine Zielgruppe? Wer ist mein Kunde und wo ist der? Und wenn wir das, das ist der Anamnesebogen, das ist wie mit Kopfschmerzen zum Arzt gehen. Zwischen einmal an die frische Luft und einer richtig fiesen Krankheit kann das ja alles sein. Und genauso, sage ich immer, ist Dialogmarketing. Zwischen einer spritzigen, gut gemachten Kampagne und einer richtigen Herkulesaufgabe, die man erstmal bearbeiten muss, ist alles möglich. Und von daher anschauen, wo ist Zielgruppe? Und dann kann ich die Instrumente nehmen, um die zu nennen. Also vor ein paar Jahren, mittlerweile ist es schon fast wieder out, Social Media und Big Data, das war in aller Munde. Keine Kampagne mehr ohne. Und plötzlich waren sämtliche Dachdecker aus sonst wo auf Facebook und haben da nach Kunden gesucht und festgestellt, dass es keine gab. Keine Kunden, ja. Dann hat man mir gepredigt, der Brief stirbt. Postalisches Marketing, Mensch Junge, mach damit nichts mehr. Dann habe ich einen sehr guten Bekannten getroffen, der auf dem Kopf genau 30 Jahre älter ist als ich und quasi als ich angefangen habe, langsam über sich herausgegangen ist. Der sagte mir irgendwann mal, bei einem guten Whisky übrigens, Olli, als wir vor 30 Jahren angefangen haben, hat man mir schon gesagt, der Brief stirbt. Und als das Kino angefangen, als das Kino war und das Fernsehen kam, hat man gesagt, das Kino stirbt. Und als HD kam, hat man gesagt, das ist alles Quatsch. Alles hat seine Berechtigung, wenn ich mir die richtige Zielgruppe anschaue. Und ich sage mal, vergleichen Sie auch Dialogmarketing und Kampagnen im Dialogmarketing einfach mal mit dem realen Leben, denn die sind das reale Leben. Ich selber habe auch bezahlte Zugänge von Videotheken und sonst was. Ich will jetzt ja, ja, soll man ja vielleicht. Und trotzdem gehe ich hin und wieder gerne ins Kino. Und trotzdem, ich habe eine Heimkinoanlage und trotzdem möchte ich mich hin und wieder auch mal woanders vergnügen. Ich habe auch ein Bezahlfernseherabonnement für Fußball und gehe ins Stadion. Das heißt, ich kann einen Brief schreiben und eine Online- und eine Displaykampagne machen. Ich muss es nur geschickt einsetzen und ich muss vor allen Dingen darauf aufpassen, dass meine Zielgruppe auch da ist, wo ich bin und nicht als Unternehmer überlegen, oh, wir wollen jetzt mal eine digitale Kampagne machen, damit wir unserem Vorstand oder unserem Geschäftsführer sagen können, wie digital wir doch schon sind. Ja, ich glaube, das ist, wenn man das überlegt, dann kann man das ganze Klavier spielen, nur es gibt halt immer Leute, die können die ein oder andere Tonart besser und die andere weniger gut. Und wenn man dann immer mit der anfängt, die man weniger gut kann, dann ist das vielleicht auch nicht immer ganz richtig, bloß weil man sich so treiben lässt. Empfehlung dafür ist wirklich immer zu schauen, wer ist Zielgruppe, wo ist die und wie komme ich hin? Ja. Sie haben gerade den klassischen Brief erwähnt, den man immer schon mal totgesagt hat, wie viele andere Medien auch. Ich habe mal ein paar Zahlen gefunden. Die Deutsche Post gibt jährlich diesen Dialog-Marketing-Monitor heraus. Von 2017 sind die Zahlen, und damit wird die deutsche Werbewirtschaft abgebildet mit diesem Monitor. Und die aktuellen Zahlen sind, dass etwa über 40 Milliarden Euro geben die Unternehmen für Werbung aus. Wahnsinn, ne? Und davon 56 Prozent allerdings in klassische Medien und 44 in Dialog-Medien. Allerdings muss man sagen, mittlerweile hat das Online-Marketing die Anzeigen überholt. Neun Milliarden zu etwa achteinhalb Milliarden. Für die Unternehmen ist es natürlich schwer. Auf der einen Seite heißt es immer, du musst nur digital, nur neue Medien und Ähnliches. Auf der anderen Seite sieht man, okay, klassische Medien haben nach wie vor ihre Berechtigung immer noch den größten Anteil. Was soll er jetzt tun? Macht er nichts? Oder entweder oder? Gibt es da so eine Richtschnur? Ja, ich glaube schon. Ich mag es immer. Ich hatte gehofft, dass Sie sowas fragen. Man kann mal so eine schöne Rechtsanwalt-Antwort geben. Es kommt drauf an. Auf der einen Seite muss man natürlich immer schauen, was will ich erreichen? Wir haben im Prinzip die Antwort vorhin schon fast mitgegeben. Denn ich kann natürlich über die sogenannte Klassik, ich persönlich wehre mich ja immer so ein bisschen dagegen, Klassik und Dialog. Am Ende müssen wir gucken, dass wir unsere Zielgruppe treffen und Kundenzugänge kriegen. Das ist für mich immer so ein Spiel. Ich glaube, man darf das eine nicht vernachlässigen und muss das andere trotzdem auch schon im Visier haben. Also wenn ich digital werden will, aber all meine Systeme auf Klassik sind, ja, dann sollte ich die erstmal benutzen. Aber wo ist auch Definition, finde ich, ist auch da wieder sehr wichtig. Was ist Klassik und warum sind die Zahlen so hoch? Man muss ja auch sehen, sämtliche Anzeigen grundsätzlich erstmal in Printmedien sind Klassik. Wenn Sie denen erzählen, wie gut der Dialogmarketing-Trend aussieht und dann sprechen Sie mal mit einer Marketingverantwortlichen in großen Redaktionen von Zeitschriften, die werden den Trend nicht zwingend bestätigen. Ja, dann dürfen Sie natürlich auch nicht vergessen, Plakatwerbung, Außenwerbung, ich bin mir nicht sicher, das wird ja immer so streitig behandelt, ist ja nun auch Bandenwerbung in Fußballstadien und sowas. Ist das Klassik oder läuft das unter Branding? Deswegen, man kann die Zahlen ja auch immer lesen, wie man will. Also ich habe mal an der Uni gelernt, glaube keine Statistik, die du nicht selber, aber das kennen wir alle. Was redet man Unternehmern? Ich sage immer, guckt, was macht ihr gerade und wo wollt ihr hin? Für wen macht ihr das? Macht ihr das für euch, um euch gut und besser zu fühlen? Oder macht ihr das wirklich für die Zielgruppe? Fan werden, nochmal gesagt, beidseitig. Und dann entscheidet einfach. Wenn es sinnvoll ist, erstmal auf ein Produkt aufmerksam zu machen, ist eine Klassik unumgänglich. Aber eine Klassik kann ich auch digital machen. Ich kann ein Display-Marketing machen und dann können wir uns auch streiten, trefflich streiten. Ist das plötzlich Dialog, wenn ich es messbar mache und wenn ich auf etwas hinweise? Oder ist es Klassik, weil es ein klassisches Medium ist? Von daher, ich stehe dafür ein, diese Trennung gar nicht so klar vorzunehmen und es größer zu betrachten. Immer von außen einmal drauf schauen. Wer ist da eigentlich gerade und wofür mache ich das und was passt dann? Und ich kann doch ein klassisches Instrument genauso in meinen Dialog einbauen, wie ich ein Dialoginstrument in meine klassische Werbung einbauen kann. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dann ist es plötzlich gut gemacht und nicht mehr nur gut gemeint. Digitalisierung, um das nochmal aufzugreifen, mit Sicherheit hat auch die Digitalisierung, das Internet, Auswirkungen auf das Dialogmarketing. Gibt es da zwei, drei Punkte, wo Sie sagen, okay, die waren ganz entscheidend? Ja, grundsätzlich ist das Internet ja erstmal das, was uns digital gemacht hat. In Unternehmen stelle ich immer wieder fest, gibt es manchmal noch drei verschiedene Arten von Ansprechpartnern. Dann haben Sie einen für die Offline-Kampagnen, einen für die Dialog-Kampagnen und einen für die Mobile-Kampagnen. Und dann sagen Sie denen mal, jetzt wollen Sie digitaler werden, dann kennen die sich untereinander noch gar nicht oder haben verschiedene Budgettöpfe. Auswirkungen darauf sind, dass oft Kauderwelsch dabei rauskommt. Ich habe mal bei einem Unternehmen, wo ich selber Kunde bin, lockt man sich ein in einen digitalen Bereich. Man ist online und um dann ein Abo zu verlängern oder ein Produkt zu bestellen, muss man die Hotline anrufen. Das sind so die, ja, das ist wirklich so. Also bei Vorträgen, die nicht aufgenommen werden, sage ich auch, wer das war. Da kann man dann sagen, um mal so rum dran zu gehen, weil das ist ein Negativbeispiel, kann ja auch positiv sein, nämlich darüber kann man viel erklären. So bitte nicht. Ansonsten würde ich dabei einfach sagen, liegt der Trend, liegt wie immer dazwischen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, Digitalisierung nicht zu verpennen, wie das der ein oder andere große Brand auch getan hat. Aber dazu gehört eben mehr, als sich ein YouTube-Video zu machen und das dann über Social-Media-Kanäle zu bewerben. Ich sage immer, das ist auch ein bisschen ketzerisch gemeint, viele 14-Jährige machen deutlich bessere und coolere Videos als große Konzerne, wo ganz lange darüber nachgedacht wird. Und dabei auch immer wieder meine Aussage, der 14-Jährige, der das macht, der macht das nämlich für seine Zielgruppe und der macht es für die mit der Information, die er rüberbringen will. Und die Menschen, die die Information von ihm suchen, ja, die wollen es genauso sehen. Die wollen kein wahnsinnig tolles Studio mit allem Möglichen. Und ich weiß von einem großen Automobilisten, die haben einen schönen Sportwagen gemacht und haben dann diese Kampagne digital gemacht und haben die dann bei YouTube gesetzt und haben gesagt, jetzt kommt die Zielgruppe ganz von selber. Aber dann hat man die Zielgruppe, hat man mal ausgewertet, wer denn da eigentlich Follower ist, der 14- bis 21-Jährige. Die können aber ein Auto für 200.000 Euro nicht kaufen. Und bis die soweit sind, ist das Auto im Oldtimer-Museum. Also ich glaube, man muss da auch wirklich immer ein bisschen aufpassen, was da passiert. Und insbesondere auch bei diesen Kanälen sie einsetzen, aber wahnsinnig sinnvoll. Ich meine, viele haben es ja auch mittlerweile, muss aber nicht schlecht reden, wenn ich die Diskussion über Influencer höre mittlerweile, die dann verschiedene Channels haben und sonst was. Es kommt ja in eine gute Richtung. Ich erlaube mir einfach mal noch einen Satz zu sagen. Ich glaube, einige Unternehmen sind einfach noch viel zu political correct oder zu strikt, um in solchen Kanälen und in solchen Wirklichkeiten wahrgenommen zu werden. Ich versuche meinen Kollegen und auch den Unternehmen, wo ich Berater bin, oft zu sagen, so dieses Everybody's Darling is out. Be someone's lover. Es gibt da echt coole Kampagnen, die einfach gesagt haben, wir richten uns komplett auf unsere Zielgruppe ein. Und wenn uns drei oder fünf andere nicht mögen, dann ist das ein Erfolg. Weil unsere Zielgruppe genau das mag. Und ich glaube, wenn das ankommt in Unternehmen, dann ist man auch, immer werbetechnisch gesagt, Digitalisierung ist ja viel größer, aber jetzt eben aus Dialogsicht. Dann ist man bereit, sich auch in richtig hippen oder coolen oder geilen Online-Kanälen mit schönen Clips und Videos darzustellen und zu platzieren. Wenn aber die Rechtsabteilung mit der Marketingabteilung, mit dem Produktvorstand und dem Seniorchef des Aufsichtsrats diese Kampagne abstimmt, dann lasst es bitte sein. Ja, das wird nicht funktionieren. Bleiben wir mal bei dem Thema Zielgruppen und Kunde. Das Sie ja immer wieder erwähnen. Ich kann nicht anders, Herr Blüchel. Das ist ja auch das Wichtigste dabei. Ohne Kunde kein Umsatz. Im Zeitalter der Digitalisierung sagt man ja auch, okay, früher war es mal so, hat man so gedacht, die Unternehmen wollten ein Produkt verkaufen. Und hatten gesagt, okay, für dieses Produkt muss es einen Kunden geben. Genau. Jetzt heißt es, okay, man muss vom Kunden her denken. Ja. Erste Kunde und dann gucken, was braucht der eigentlich. Ja, hundertprozentig. Ich meine, wir erleben ja Berichterstattungen ohne Ende von den Unternehmen, die wir alle kennen und nutzen, Apple, Google, Facebook, um nur einige davon zu nennen. Die sind auf der einen Seite, werden sie geliebt von den Anwendern, von den Menschen, die sie haben. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, oh, das ist aber bedenklich und sonst was. Aber nehmen Sie sich einfach mal einen Google. Also als das Internet laufen gelernt hat, Ende der 90er, sage ich jetzt einfach, Mitte der 90er von mir aus, da habe ich noch Alta Vista gesucht und so was. Da hat kein Mensch von Google gesprochen. Und dann haben die irgendwann angefangen, in jedem Browserbalken so eine kleine Schlitz zu machen, wo du alles, was du gebraucht hast, eingeben konntest. Und dann wird das einfach groß. Die haben also erstmal ein Produkt gemacht und dann haben die ganz viele Daten bekommen. Und heute sagen die Leute ihnen, das ist freiwillig. Ich bin gerade selber vom Bahnhof hier hingelaufen, natürlich mit meiner Google-Navigation. Und natürlich wissen jetzt im Silicon Valley die Menschen auch, dass ich hier bei ihnen bin, aber das dürfen sie ja auch. Und ich finde immer, ich bin ja der Herr meiner Sache und der an meiner Daten. Niemand zwingt die Menschen ja bei Facebook ein Konto zu haben. Aber wenn du Fan von Facebook bist, wird Facebook Fan von dir und spielt dir dann auch gezielte Werbung ein. Und ich wehre mich immer so dagegen zu sagen, dass das böse ist. Es ist doch super, wenn ich zielgerichtet Sachen bekomme, die mich interessieren. Dann nehme ich das gar nicht als Werbung wahr. Und darum den Bogen wieder zu schlagen, wenn Unternehmen, Sie haben es wunderbar formuliert, der Blüchel, sagen, ich mache jetzt ein Produkt und dann gucke ich mal, wer das kauft. Das ist immer sehr, sehr schwierig, weil die eierlegende Wollmilchsau, die holt man halt selten hervor. Also es sind wenige Facebooks und Googles entstanden in letzter Zeit. Aber bleiben wir bei meinem Steckenpferd, was ich immer reite mit Heinz Erhardt. Wenn ich mir eine Zielgruppe anschaue und für die ein Produkt mache und dann auch noch mit ihr spreche und höre, was ist denn daran gut oder was würdest du verbessern, dann kriege ich Fans. Aber dann bin ich nicht mehr Everybody's Darling, sondern Someone's Lover. Und dann bin ich da, wo ich hin muss. Aber ich will nochmal nachhaken, kritisch nachfragen bei den Zielgruppen, bei den Kunden. Es ist dann aber häufig nicht so, okay, man muss ja erstmal herausfinden, was ist meine Zielgruppe, aber dass manchmal so ein Schubladen gesteckt werden und dann geguckt wird, passt das jetzt zu meiner Zielgruppe. Also ich sage Ihnen auch warum. Ich habe da nämlich einen sehr klugen oder sehr schlauen Satz dazu gelesen, denn häufig ist ja die Frage, passt, ihr müsst immer fragen, passt das eigentlich zu eurer Zielgruppe. Aber es gibt einen sehr viel besseren Satz, wie ich finde, und da kann der Unternehmer gefragt werden, haben Sie sich schon einmal überlegt, ob Sie eigentlich in die Zielgruppe Ihrer Konsumenten passen? Ist das eigentlich nicht genau die Antwort oder die Frage, um die es tatsächlich dann geht? Im Prinzip fassen Sie damit jetzt die Halbzeit unseres Gesprächs wunderbar zusammen, finde ich. Weil ich finde genau, ja, 100 Punkte von 100, also das ist genau das. Man kann es ja so rumdrehen und so rumdrehen. Die Fragestellung umzudrehen hilft oft, eine Antwort zu finden. Also für mich als Nicht-Mathematiker ist es, wenn ich ein Ergebnis weiß, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie die Gleichung aussehen muss. Das funktioniert und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Und wenn man das wirklich mal beachten würde, oder viele Unternehmen tun es ja auch, und haben sich einfach auch neu aufgestellt, dann kommt das mit der Zielgruppe ganz von alleine, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wenn ich mich frage, passe ich eigentlich in diese Welt, passt das so, was ich hier mache, oder predige ich Sachen, die ich anschließend ganz anders mache? Ich glaube, damit beantwortet man sich eine Menge Fragen und hilft auch der Marketing- und der Sales-Abteilung extrem, plötzlich wieder cool zu sein und etwas zu tun, wo alle Lust zu haben und nicht etwas zu tun, weil es gerade von der Unternehmensstrategie irgendwann mal so vorgegeben worden ist. Wenn Fehler im Dialog-Marketing gemacht werden, hat das auch ein bisschen mit der Altersstruktur dann zu tun. Ich weiß nicht, wenn man an den Mittelstand denkt, gut, da sind die Menschen häufig eher über 40 oder eben noch älter, kommen die etwas ältere Generationen weniger gut damit zurecht, dass sie sagen, okay, das ist wirklich der Trend, das müssen wir machen, weil sie eben einfach noch das alte Denken haben, in Anführungszeichen. Das kann ich nicht bestätigen, das gibt das, ja, das ist ein Phänomen, aber ich finde, das gibt es überall. Wir beraten oder arbeiten sehr, sehr viel für den Mittelstand, also so zwischen 50 und 300 Mitarbeiter, also der klassische Mittelstand in Deutschland. Da gibt es Sonne und Sonne, wie man bei uns im Ruhrgebiet sagt, aber im Großteil erlebe ich, dass gerade da sehr, sehr genau geschaut wird, was man macht, denn da leben die Menschen das, was sie haben, nämlich ihre Marke, ihre Dienstleistung, das, was sie haben. Und bei großen Konzernen und Brands, nie verallgemeinert, aber oft erlebe ich, dass da halt Menschen vom Konzern da reingepresst werden und das glauben müssen. Und deswegen erlebe ich, dass die Bereitschaft und auch die Möglichkeit, eine Denkweise zu ändern und anders auf Kunden oder auf Kundenfang, in Anführungszeichen, zu gehen, vor allen Dingen aber auch, da haben wir noch gar nicht viel von gesprochen, die meisten wirklichen Kunden und Aussagen über Zielgruppe stecken ja schon in den Datenbanken, die man selber hat. Man muss sie ja nur mal sichtbar machen. Es ist immer Neukunden, Neukunden, Neukunden. Und das erlebe ich insbesondere bei den Mittelständern und auch egal welchen Alters. Ich habe sehr, sehr viele gute Kontakte, die noch zehn Jahre älter sind als ich, die das wirklich hervorragend machen und die dann eben aber auch bereit sind zu sagen, okay, ich muss nicht die Marketingkampagne für YouTube verantworten. Ich muss nur einfach einen haben, der das macht. Dafür zahle ich ihm ja Geld. Und das, finde ich, ist gerade im Mittelstand noch relativ verwurzelt. Da gibt es wirklich gute Unternehmer, die auch sagen, wenn ich alles selber könnte, dann wäre ich ein reicher Mann. Da ich das nicht kann, brauche ich Mitarbeiter. Deswegen bezahle ich die gut, damit die das gut machen. Und das erlebe ich und damit kann man wunderbar arbeiten. Ja gut, und dann haben Sie natürlich die, von denen, die Sie gerade gesprochen haben. Aber da zwingt manchmal dann auch der Umsatz dazu, das Umdenken reinzumachen. Und das geht dann schon. Bleiben wir immer noch bei Zielgruppen. Es gibt ja unterschiedliche Zielgruppen im Bereich B2B und B2C. Macht das einen Unterschied, wie dann die einzelnen Zielgruppen angesprochen werden? Also konkret unterscheidet sich dann das Dialogmarketing, wenn ja, wie? Oder worauf ist dann zu achten? Ja. Oft, sag mal so flapsig, ja nun, ob der Straubel jetzt als Firma kauft oder ob der Straubel als Olli kauft, ist doch egal. Aber das ist, glaube ich, man braucht einfach nur so, ich sage mal, es gibt ja zwei Arten von Käufern. Ein Impulskäufer und Konzernkäufer. Und Olli Straubel als Impulskäufer, der sieht in irgendeinem Laden irgendein schönes Produkt, geht rein und kauft es sich. Das ist B2C. Und genau so ist die Werbung auch ausgerichtet. Da musst du das nicht abstimmen. Da muss ich das nicht später mit dem Controlling rechtfertigen oder mit dem Einkauf. Oder wenn ich Mittelständler bin, mit mir selber und dem Steuerberater. Und deswegen muss ich anders angehen. Und dann sind wir wieder, Sie haben es ja auch genauso eingeleitet, wieder bei Zielgruppe. Und ich muss eben schauen, wer kauft was und für was. Und in einer Entscheidung, wenn ich an Unternehmen rangehe, also klassisches B2B mache, ist es immer relativ einfach, wenn ich mit Lacke und Farben an Anstreicher gehe. Das werden Sie wahrscheinlich brauchen und dann entscheidet wahrscheinlich ein Preis oder das Verhältnis. Aber wenn ich, sagen wir mal, beim Automobil bleibe, dann gibt es insbesondere in Deutschland vier, fünf Hersteller, wo man sagen würde, die tun sich wahrscheinlich alle nicht viel. Aber trotzdem möchte ich ja da hingehen. Und das ist auch ein hoher Preis und ist ja auch eine Aussage oft, die damit getroffen wird. Das läuft also anders. Und von daher, ich habe unlängst mit einer guten Kollegin eines anderen Unternehmens zusammengesessen. Und wir haben auch diese Frage diskutiert, B2B und B2C. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, wir haben uns das im Prinzip beide gegenseitig bestätigt, dass es total Sinn macht, eine B2B-Abteilung und eine B2C-Abteilung zu haben. Weil die Ansprachen, obwohl sie sich sehr ähneln, doch ganz andere Fokussierungen brauchen. Und auch mit dem Kunden ganz anders umgegangen werden muss. Also ich finde es immer noch komisch, wenn man im Business komplett in so ein Duo und sofort so ein Umarmungsprinzip verfällt. Vielleicht liegt das dann aber auch schon an dem fortgeschrittenen Alter. Vielleicht auch nicht. Während es im B2C mittlerweile immer mehr akzeptieren kann und es stellenweise auch gut finde. Weil wenn ich den Brand mag oder das Produkt, dann darf das auch mit mir kommunizieren. Denn ich kommuniziere mit ihm ja auch, wenn das gut gemacht ist. Und ich glaube, das ist auch ein essentieller Unterschied. Vor allen Dingen aber denke ich immer, wer braucht es und wofür? Und wer muss sich für eine Entscheidung rechtfertigen? Wenn Olli Straubel aus seinem Portemonnaie Geld nimmt, muss er das im Zweifel nur mit seiner Frau rechtfertigen. Wenn ich aus meiner Unternehmenskasse Geld nehme, habe ich meine Mitgesellschaft, da habe ich einen Geschäftsführer, habe ich womöglich auch einen Vertriebsleiter und muss auf ganz andere Dinge achten. Und da vielleicht nochmal kurz gesagt, gerade im B2B ist nicht der Preis das entscheidende Kriterium. Im B2C kann er es sein, kommt es aber am Ende immer auf das Produkt und auf dessen Nutzen an. Und wie brauche ich ihn? Kommen wir mal zu ein paar konkreten Fallbeispielen. Best Practice, so heißt ja auch der Titel unserer Sendung, für den digitalen Wandel. Das ist vielleicht auch mal die ein oder andere Firma, an der Sie beteiligt sind oder die Sie mitgegründet haben. Spontan fällt mir ein, die B2B Smart Data. Schönes Stichwort, das B2B Web Scoring. Scoring kennt man jetzt, zumindest ich kannte es früher so aus dem Bankenbereich. Ja, auch. Dass man da Scorepunkte bekommt, je nachdem. Klassische Boni Ratings. Bonität und so weiter. Wie wertvoll sind Sie in Anführungszeichen. Jetzt gibt es nun etwas Ähnliches im Business Bereich, dieses B2B Web Scoring. Was ist das genau? Vielleicht können wir das mal an einem Beispiel auch ein bisschen verdeutlichen. Fangen wir vielleicht ein bisschen weiter hinten noch an. Wir kommen so aus unserer Ur-Company, die Qualis GmbH. Wir machen jetzt seit wirklich fast 20 Jahren. Zielgruppen Spezialist für Adressen. Ganz genau. Daten. Alles, was irgendwie mit Zielgruppen zusammenhängt. B2B und B2C. Beides in dem Segment, so unterschiedlich wie sie sind. Da geht es immer um Zielgruppen. Und aus diesem Antrieb heraus haben wir im Prinzip, das war unsere Digitalisierung, gesagt. Okay, wir machen das jetzt seit 18 Jahren. Was ist gut, was ist schlecht, was muss weg und was müssen wir ändern? Ja. Und da wir kein Konzern, sondern wirklich auch der klassische Mittelstand sind, sind wir dann dazu übergegangen, unsere neuen Produkte, wo wir Partner für brauchen, in eigene Companies zu gründen. Deswegen klingt das auch in der Anmoderation vielleicht so viel, aber wir haben im Prinzip Produkte ausgegründet. Und bei dem B2B-Web-Scoring, kurz erklärt, haben wir im Prinzip, daran kann man die Digitalisierung wahnsinnig gut erklären. Früher ist der Vertriebler, der zu einer Company musste, ins Internet gegangen, hat bei einem der schönen Suchmaschinenanbieter die Firma eingegeben, hat dann meist die Webseite gefunden und hat sich darüber ein paar Informationen über die Firma geholt. Und wir haben diesen Ansatz gewählt und haben das mit einem Partner zusammen, der in Analysen denkt und schläft und tickt. Und wir sind eben so die Sales- und die Datenjungs, haben das zusammengeschrieben und haben einfach gesagt, okay, wenn ich diesen Schritt doch automatisieren kann und die Informationen dem Kunden zuträglich machen kann, wie muss ich das tun? Und dann sind wir auf den ersten Blick vielleicht etwas spooky anmutende Idee gekommen. Und zwar sind wir auf die Webseiten gegangen und haben die Worte darauf gezählt. Und das klang, ich sage es mal ganz salopp, ich komme ja aus Dortmund, ich darf das sagen, das klang so bescheuert, dass ich dachte, das machen wir mal. Und haben dann ein Testprojekt gemacht und wir haben mittlerweile rund drei Millionen Webseiten zu Firmen. Also können die Firma zuordnen und dazu eine eigene Webseite. Bei Konzernen dann auch Unterseiten, dass man eben sagen kann, die eine Sparte macht Handys, die andere macht Waschmaschinen. Das sind zwei verschiedene Sachen, ist derselbe Konzern. Und haben dann solche Sachen herausgefunden, wie plötzlich konnten wir Zielgruppe machen. Früher haben wir gesagt, wenn wir Restaurants anbieten wollen, die einen Biergarten haben, dann haben wir gesagt, okay, jedes zweite. Oder in München haben ganz viele einen und dann hat man eben die genommen und die Wahrscheinlichkeit der Treffer war hoch. Heute können Sie sicher sein, wenn ein Restaurant einen Biergarten hat, dann schreibt es das auf eine Webseite. Und was wir gelernt haben, damit können Sie bei Jauch nichts gewinnen, aber es ist ein schönes Nebenbei-Learning. Wenn es keinen Biergarten hat, schreibt es vom großen Panoramafenster und von klimatisierten Räumen auch im Sommer. Ja, das ist eine lange Rede, kurzer Sinn. Damit kann man Zielgruppe weiter einschränken. Und wir haben eine Datenbank vollgeschrieben. Wir haben mittlerweile rund 175.000 Schlagworte zu Firmen, wo zum Beispiel Marketing, Sales, Vertrieb, Dialog, Auto, Haus, Boot, sonst irgendwas draufsteht. Und ich kann im Prinzip, haben wir die Worte gezählt und haben das gegen den deutschen Bundesdurchschnitt geglichen. Und haben eine Datenbank aufgebaut, wo ich all meine alten Merkmale zu Firmen habe, plus 175.000 Schlagworte in ihrer Häufigkeit, wie sie vorkommen. Und Beispiel, warum ist die Häufigkeit wichtig, wenn Sie auf einer Firmenwebseite das Wort Impressum finden, haben Sie keine unike Information, das finden Sie auf jeder. Wenn Sie es aber mehr als zwölf Mal finden, hat diese Firma irgendetwas mit Impressums, Impressi, weiß ich nicht, zu tun. Und daraus kann man Zielgruppe herleiten. Wenn ich jetzt nun hergehe und sage, okay, ich habe hier 500 Kunden, die haben mein Produkt gekauft im B2B, dann hat man die früher gescored, so wie Sie sagen, und scoren heißt ja im Prinzip nur Punkte zu vergeben, mehr ist ja auch nicht passiert. Dann haben Sie gesagt, wo kommen die her, wie sind die, sind die groß, sind die klein, kommen die eher aus Bayern oder aus Nordrhein-Westfalen oder aus Balben, aber dafür nicht aus Hessen. Und wir haben einfach dieses Score erweitert. Wir haben gesagt, so schreiben, wie reden die, was haben die für ein Sprech, sprechen die so ein Denglisch, reden die über Office und Business Sales und sonst was, oder sagen die Vertrieb und Büro. Und das sind Gemeinsamkeiten oder Unterschiede. Und für uns im Dialogmarketing ist immer Null oder Eins und beides ist eine wahnsinnig wichtige Information, weil ein Kunde, der nicht isst, ist. Und ein Kunde, der isst, ist nicht. Und deswegen ist jede Information, die wir bekommen, eine wichtige. Und daraus kann ich dann die viel zitierten Lookalikes oder Twins oder auch einfach nur die Firmen, die so aussehen wie die anderen, zusammensuchen und kann das finden. Und was hat das mit Digitalisierung zu tun? Und wir gehen immer raus und sagen, gerade bei der B2B Smart Data oder Data, wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir es aussprechen wollen, haben wir jetzt im Prinzip das, was der Vertriebler früher gemacht hat, nämlich so auf der Webseite zu gucken, wer ist das, was machen die, was sind das, was sind deren Kernprodukte, was machen die eigentlich wirklich, zusammengesucht, so dass er sich das rausfinden kann anhand von Schlagworten. Weil wenn die ganz viel über Biergarten reden, haben sie einen. Haben sie einen. Und wenn sie das mal von dem Beispiel weg, wenn sie einen Logistiker haben und der ganz viel über Export und Südamerika und Brasilien spricht, dann fährt er da hin. Oder dann hat er Kunden, die von da hin fahren oder auch zurück fahren. Und das sind plötzlich Sachen, die sind eh da, also wie man im BWL-Sprechst so schön sagt, eh da Informationen oder eh da Kosten zu nutzen und die sichtbar zu machen und daraus Neues zu holen und das als Datenbanklösung anzubieten und zu sagen, hey, du kannst hier eingeben, die Firma sowieso oder auch Straubel, dann findet er auch ein Netzwerk von, wo ist der denn beteiligt. Und dann sehe ich, was macht der denn eigentlich. Das kann ich halt eben im B2B-Bereich wunderbar machen und bekomme damit einfach viel, viel mehr Informationen zu meinem bestehenden Kunden, wenn ich das über meinen Register lege und kann daraus auch wieder neue Kunden ableiten. Also ich habe mir auch Ihr Demo-Video angeguckt, das es dazu gibt. Und ich habe das so verstanden, angenommen, ich hätte nur ein Beispiel, 100 gute Unternehmen. Dann haben die irgendwas gemeinsam, wo ich mir sage, okay, da gibt es gewisse Affinitäten. Jetzt kommen wir ins Gespräch, ich lerne sie kennen und sie sagen mir, okay, Ihre, also meine 100 Kunden haben irgendwas gemeinsam. Das finden sie heraus. Und dann ist es jetzt für mich als Unternehmer interessant zu sagen, okay, Herr Straubel, ich möchte im Grunde Neukunden haben, die so ähnlich sind wie meine 100 besten. Und das finden sie heraus mit diesem Scoring. Das heißt, sie mischen das einfach. Ja, im Prinzip finden wir... Und ein Abgleich findet statt mit den übrigen Webseiten. Sie haben Gemeinsamkeiten, die Sie kennen. Das sind alles Ihre Kunden, die brauchen alle das Produkt, was Sie haben. Das sind erstmal offensichtliche Gemeinsamkeiten. Dann gibt es offensichtliche Gemeinsamkeiten, wie von Ihren 100 sind 98 GmbHs. Das ist auch meistens so. Und dann gibt es noch die versteckten Gemeinsamkeiten, nämlich das Wording auf Webseiten. Wie reden die, wie sprechen die? Und da kann man Wortwolken machen. Man nimmt einfach die 100 oder 200 oder 300 am häufigsten vorkommenden Worte, gibt denen eine Relevanz und findet dann eine Gemeinsamkeit, die Sie so niemals finden würden in Ihren Kunden, aber die, die alle haben. Das ist so dieses Pacing und Leading, da kommt das im Prinzip so ein bisschen her. So was gemeinsam ist oder auch, wenn man das zurückbricht, das älteste Dialogmarketingprinzip. Gleich und gleich gesellt sich gerne. Nur finde ich die Gemeinsamkeiten nicht immer, wenn ich eine GmbH angucke. Wenn ich aber tiefer gucke und die Visitenkarte eines jeden Unternehmens ist im Prinzip die Webseite. Und es ist auch vollkommen egal, ob das eine Agentur gemacht hat oder der Freund von der Freundin da von der Sohn, dessen Geschäftsführer man ist. Das Wichtigste, was da drauf steht, ist am Ende immer die Kernmessage, die da sein muss. Und genau, wie Sie es gesagt haben, dann findet ein Abgleich statt. Man nimmt im Prinzip Ihre Kunden, macht ein Muster, wie sehen die aus und legt dann dieses Muster über die gesamte Datenbank und sagt, guck mal, diese hier sehen genauso aus wie die Kunden, die du hast. Und die hier sehen fast genauso aus und die sehen noch nah genauso aus und die sehen überhaupt nicht mehr genauso aus. Und damit sind Sie dann wieder beim Score in seiner eigentlichen Bedeutung. Sie machen ein Punkteverfahren und Sie sagen, die hier haben 100 oder mehr Punkte, die sind so gleich, die müsstest du eigentlich morgen anrufen, weil die decken sich mit dem Kundenbestand, den man hat. Oder es gibt noch Näheres. Und das eben unabhängig von Branche, Größe, Wohnort, Standort, tralala, sondern genau auf der Gleichheit, was die tun, was sie machen und wie sie es kommunizieren. An sich ein Muster für jedes Unternehmen. Also es hört sich so simpel an und wenn ich Neukunden haben möchte, wichtige Frage natürlich noch dazu, wie lange dauert das Ganze? Muss ich dann ein paar Wochen, bis Sie das mal eingescannt haben? Da wir ja schon digital sind, geht das relativ schnell. Nein, also bei sowas, man muss natürlich erstmal eine Anamnese machen. Ich sage mal immer, taktisch eine Woche. Eine Woche. Also in der Umsetzung dauert es meistens ein bisschen länger, aber das, was wir tun, dauert eine Woche. Also von der Erstberatung bis zu einem fertigen Ergebnis dauert im Schnitt eine Woche, weil das andere ist kein Hexenwerk. Man sagt ja so schön, es klingt ganz einfach, aber einfach ist nicht immer leicht, sage ich immer. Man muss das halt schon mit der gepaarten Erfahrung, die wir bei Quadris haben, über 20 Jahre Dialogmarketing, was man da braucht und was man nicht braucht, um Zielgruppe zu finden. Auf der anderen Seite mit der Analyseerfahrung, Stochastiker, Mathematiker, die das tun. Aber der Prozess wird automatisiert und digitalisiert. Der braucht am Ende immer noch zwei gescheite Köpfe, die da drüber gucken, am Anfang zum Einleiten und am Ende zum Ausleiten. Aber der Prozess dauert zwei, drei, vier Tage mit Beratung und allem. Also eine Woche ist gut. Und der Prozess, um das anzustoßen im Unternehmen und damit die Information auch was bringt, ich sage mal, das ist wie zum Arzt gehen, eine kleine Operationsvorbereitung. Also man muss erst mit dem und dem. Aber ich sage mal, in vier Wochen kann man da, glaube ich, prozessual abgebildet sagen, kann man das stehen haben, wenn die Kanäle und die andere Seite mitspielt. Oder am Ende des Tages weiß ich ganz genau, okay, das sind mögliche Neukunden, die ich jetzt angehen kann. Oder meine Bestandskunden sehen so und so aus und wenn ich innerhalb des Bestandes arbeiten möchte und ich will meine Produktpalette erweitern oder ich möchte im Prinzip aus meinem Bestand raus. Ich habe x-tausend Bestandskunden und ich habe zehn Produkte, aber der nutzt nur zwei. Dann kann ich immer gucken, wer wird denn das dritte und das vierte potenziell mehr nutzen, indem ich mir innerhalb meines Bestandes auch angucke. Wer benutzt denn Blauprodukt, Rotprodukt, Gelbprodukt? Und wenn die drei das benutzen, ist vielleicht auch noch Grünprodukt für die genauso spannend, weil die Gemeinsamkeiten da sind. Und da geht es dann nicht mehr um, glaube ich oder glaube ich nicht, sondern mein Kollege, der Statistiker, sagt immer, das ist Mathematik, die lügt nicht. Und natürlich wissen wir im Dialogmarketing, dass sie immer auch Ausfälle dabei haben. Sie können den besten Kunden für einen bestimmten Automobilhersteller haben und dann sagt er ihnen aber, nee, in die Werkstatt gehe ich nie mehr. Der hat mir mal irgendwie Parkplatz weggeschnappt oder sonst was. Das kann eben auch sein. Markenablehnung und sonst was kann das nicht zwingen. Aber von der Zielgruppe her und von der Treffsicherheit und von den Wahrscheinlichkeiten, von der Stochastik, in der wir uns da befinden, haben wir noch kaum was Besseres gehabt. Und so kurz vor der letzten großen Messe in Köln, in Mexiko, haben wir gemerkt, dass wir zwei, dreimal kopiert worden sind. Das war erst so, hoch, das ist aber doof, jetzt kopiert uns einer. Mittlerweile bin ich so, habe ich dann auch, ich glaube bei Heinz Erhard gesehen, die höchste Form der Bewunderung ist die Kopie. Und dann muss man eben sagen, war das nicht so schlecht. Was wir jetzt haben, ist zwei Jahre Wissensvorsprung und mit Quades 20 Jahre Zielgruppenvorsprung, was man braucht, um das zu tun. Und wir haben hier einen wunderschönen Case für echte Digitalisierung. Gibt es denn andere Geschäftsmodelle, Beispiele, wo Sie sagen, okay, die sind ganz wichtig für den Digitalwandel im Bereich Dialogmarketing? Also neben dem B2B-Webscoring ist das eine. Gibt es aber andere Modelle, wo Sie sagen, okay, das sind einfach Dinge, die der Unternehmer entweder wissen sollte oder unbedingt einsetzen sollte? Ja, will ich schon sagen. Im Kern gilt es eben immer zu schauen, wo bin ich und wo will ich hin und was habe ich. Ich sage oft, wir sind als Berater im Dialogmarketing oft wie Lotsen. Wir kommen auf ein Schiff und fahren dann mit der Mannschaft und mit dem Schiff in den Hafen, wo es rein soll. Und dabei gibt es eine Menge Dinge zu beachten, nämlich vor allen Dingen Kundenzugänge zu bauen und bestehende Kundenzugänge nicht dauernd zuzuschlagen, indem man immer nur neue sucht. Und es gibt mannigfaltige Instrumente. Es ist immer schwer, so eine allgemeine Weisheit, die für jeden gilt, rauszugeben. Was aber wirklich gilt, ist bei der Digitalisierung wirklich aufzupassen, für wen mache ich es? Mache ich es für mich und für meinen Vorgesetzten oder mache ich es, weil ich damit den Kunden erreiche? Und dann ist der Kreativität und den Kanälen und allem keine Grenze gesetzt. Und ich bin sicher, es gibt kein Unternehmen, was das nicht braucht. Und von daher kann man das tatsächlich, glaube ich, als einen großen, großen Fortschritt und Gewinn aufnehmen, dass man diese Möglichkeiten hat. Und jetzt geht es eben nur darum, so ein bisschen durch das Labyrinth durchzugehen. Und wir erfahren oft, dass viele Marketingabteilungen oder Ähnliches die Erfahrung einfach nicht haben. Und deswegen werden wir dann oft dazugeholt und begleiten eine Kampagne. Weil der Kunde selbst und die Marketingabteilung, die kennt die Produkte, die kennt die Firma, die kennt im Zweifel auch ihre eigenen Kunden viel, viel besser, als wir das jemals tun könnten. Aber wir kennen die Kanäle und die Mechanismen des Marktes. Und deswegen, wenn man diese beiden Kompetenzen zusammenpackt, dann ist es ähnlich wie mit unseren Startups. Die werden nur dann gut, wenn sie die jeweils Besten zusammenlegen und daraus dann was Neues machen. Gibt es besondere Startups im Bereich Dialogmarketing, wo Sie sagen, okay, die haben neue Ansätze, die machen etwas ganz anders als wir bisher? Das ist immer schwer, über Wettbewerb zu reden. Wir haben ja selber sehr viele Firmenpaletten. Ich sage mal so, wir haben aus dem Agenturgeschäft raus das Display-Marketing. Da gibt es die B2B Data Value, die das Display-Marketing im Prinzip, neu erfunden ist auch immer so ein großes Wort, aber wirklich mal messbar gemacht haben. Echt transparent und messbar. Aber wie ist es messbar? Es ist messbar, indem ich es zurückführen kann auf eine Company, indem ich IPs habe und eine Firmendatenbank. Und das Ganze kreuze mit einer Firmendatenbank, von Quadris im Zweifel, mit der B2B Smart Data und den Informationen und einem Auslieferer und einem Probanden, der eben dieses riesengroße Netzwerk hat. Und ich kann es wieder rückführen. Ich kann anhand der postalischen Adresse, die ja schon lange tot ist, kann ich am Ende wieder schauen, wer ist denn wirklich zu mir ins Geschäft gekommen? Wer hat denn wirklich im Online-Shop bestellt? Weil dasselbe gilt für das E-Mail-Marketing. Da ist ja auch ganz oft, sind es Streuverluste oder es verpufft irgendwas. Wenn sie es aber rückführen können auf eine Adresse, weil ich plötzlich im übertriebenen Sinne weiß, dass heiderose.web.de hinter Olli Straubel steckt, dann ist das auch gar nichts Böses. Und das hat nichts mit Zauberei zu tun, sondern ich habe einfach eine Datenbank und eine Intelligenz, die das rückführen kann und dem Kunden, der es einsetzt, auch liefert. Und ja, das sind Unternehmen, die werden ihren Weg machen. Da bin ich sicher. Wie findet sich der Unternehmer in diesem Dschungel der Anbieter zurecht eigentlich? Gibt es da bestimmte, sagen wir mal, Points, wo ich sagen kann, okay, das sollte eine Agentur oder ein Unternehmen auf jeden Fall erfüllen oder wie kann ich mich da durchhangeln? Gute Frage. Es ist sinnvoll, da mal drüber nachzudenken. Ad hoc fällt mir ein, ich glaube, wenn Ihnen ein Unternehmen verspricht, dass es Ihnen sofort den Umsatz nach oben bringt und sofort das und das und das macht, dann sollte man das nicht tun. Weil mein alter Chef hat mir immer gesagt, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es das nicht. Und das hat sich bewahrheitet. Ich glaube, Unternehmen, Unternehmer können sich wunderbar daran orientieren, sind die Anbieter bereit, mal zu mir zu kommen und mir mal zwei Stunden zuzuhören. Und bestehen sie darauf, dass sie, bevor sie nicht zwei Stunden zugehört haben, keine Kampagne für mich machen, dann sind sie der richtige Anbieter. Wenn sie einfach hergehen und sagen, weil einer gesagt hat, ich will eine digitale Kampagne machen, ein YouTube-Video und dann sage, okay, legen wir los, da würde ich die Finger von lassen. Ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist sicherlich auch die Qualität der Adressen. Und noch ein anderer Punkt, den ich gleich hinzufügen möchte, gerade Sie auch als Anbieter oder Zielgruppenspezialist mit Adressenmailings und anderen Dingen, spielt ja der Datenschutz eine große Rolle. Also ich habe auch schon unter dem gehört, ja, die Adressen, die ich dann von euch bekomme, darf ich das überhaupt machen? Und jetzt in diesem Jahr tritt ja diese neue Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Richtig, zum einen, um das Datenschutzrecht in Europa zu vereinheitlichen und zum anderen, dem Bürger mehr Rechte, mehr Kontrolle über seine Daten zu geben. Da hat man ja schon im letzten Jahr befürchtet, okay, Dialogmarketing sei fast am Ende. Aber wie kann ich als Unternehmer oder der Unternehmer dann die Qualität bemessen? Wie kann er sicher sein? Okay, der Anbieter XY, da kann ich mich drauf verlassen. Ich glaube, als erstes muss der Unternehmer definitiv Hausaufgaben machen. Er muss bei sich selber aufpassen, was in seinen Datenbanken passiert, denn er ist dafür plötzlich habhaft. Ist er eigentlich schon immer, aber diesmal richtig. Das ist aber kein Hexenwerk und das ist gut zu machen. Und wir als Unternehmer im Dialogmarketing respektive, die mit Daten arbeiten und so, sind eigentlich ziemlich froh, dass man sich diesem Thema mal vernünftig angenommen hat. Wobei vernünftig auch immer wieder in Anführungszeichen sein muss. Wenn man überlegt, wo diese Idee dieser Novelle herkam und was daraus geworden ist, dann ist das eben Politik. Das können wir als Unternehmer nicht immer verstehen. Aber ich glaube, das wichtigste Thema dazu ist einfach zu sagen, Dialogmarketing ist ein erlaubtes Interesse. Es steht sogar wörtlich in der ganzen Verordnung drin. Das ist ganz wichtig. Man kann auch Kundendialog nicht verbieten. Das wird auch der Kunde nicht wollen. Der Unternehmer kann, glaube ich, wirklich sagen, auch da. Es gibt leider, dafür sind wir in Deutschland oder in der EU, mittlerweile eine Menge Papier, was gelesen und unterzeichnet werden muss. Es gibt Verpflichtungen auf einen Datenschutz. Und es wird einfach besser geprüft, halten diese Unternehmen sich an bestimmte Regeln. Und das ist ehrlich gesagt für uns als Anbieter toll, weil jetzt nicht mehr jeder von der Seite reingrätschen kann und sagen kann, ich schaue auch was mit Daten. Das ist sehr gut. Es gibt Informationspflichten. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Das heißt, der Unternehmer muss den Kunden, insbesondere im B2C-Bereich, darüber informieren, wenn er ihn speichert und wozu. Wie sinnvoll das ist, lassen wir mal dahingestellt. Das muss der Unternehmer im Zweifel tun. Aber auch da gibt es Anbieter, die ihm helfen. Und um die Frage zu beantworten, was unterscheidet da den Guten von einem weniger Guten? Ich glaube, wer schon im letzten Jahr, aber spätestens wer dieses Jahr 2018, zu einem Unternehmen gerufen wird, im Prinzip Hilfe, wir wollen eine Kampagne machen, was müssen wir tun? Und nicht im dritten oder vierten Satz auch über Datenschutz informiert und aufgeklärt wird. Auch das wäre für mich ein Anbieter, von dem ich die Finger lassen würde. Und mit dem Anbieter gemeinsam das zu tun, sowohl in Bestandsdaten als auch nach Neudaten zu arbeiten und zu suchen, dann kommt auch ein Vertrauen. Und dann muss man auch da wieder definieren zwischen Opt-in und Datenschutzverordnung und BDSG und sonst was. Da ist ja ein riesen Kauderwelsch. Und gute Anbieter im Dialogmarketingbereich zeichnen sich dadurch aus, dass sie durch diesen Datensdschungel führen. Und in absolut legalen, erlaubten Richtlinien Zielgruppen, modernen Informationen nutzen. Und das ist ein gutes Thema, an dem man auch wirklich arbeiten kann. Und da kann man tatsächlich, stimme ich Ihnen absolut zu, auch Qualität von Dienstleistern erkennen. Wenn wir so langsam zum Schluss kommen, Herr Straubel, die Zukunft des Dialogmarketings, was sind die Trends? Ich habe einen schönen Satz gefunden. Es gibt ja dieses Marketing-Guru, den Philipp Kottler, der hat 2002 ein Buch geschrieben, Marketing der Zukunft. Und dort steht der Satz, das Marketing, so wie wir es heute kennen, ist von gestern. Trifft das jetzt auch für die Zukunft des Dialogmarketings zu? Was sind die Trends? Was passiert? Ich finde das super. Das hört sich super an. Das ist gut aufgeschrieben. Ja, ich würde grundsätzlich erstmal sagen, ruhig bleiben. Das ist ein, und nicht jedem Trend hinterher rennen. Also, ich glaube, das ist sehr vernünftig. Und extrem gut zu überlegen, was passiert. Ich glaube, was ein wirklicher, das ist jetzt kein Trend, wofür man im Silicon Valley gelobt würde, aber ich glaube, was wirklich passieren muss in Unternehmen ist, die Kommunikationsstrukturen zu vereinheitlichen. Und nicht mehr zwischen, zwischen Mobile und Offline und Online und Klassik zu unterscheiden, sondern die mal zusammenzuführen, die mal ein Wochenende in ein Trainingslager zu schicken und zu sagen, unterhaltet euch mal, lernt euch mal kennen, dann funktioniert es. Denn ich glaube, der Trend, den ich herleiten würde, ist der, dass nur Unternehmen, Marken, kleine Marken, große Marken, ganz egal, eine Chance haben, die vernünftig mit ihrem Kunden kommunizieren. Und wenn man sich einfach nur auf die Fahne schreibt, dass man gut ist, das glaubt heute keiner mehr. Und da gibt es auch genug Beispiele, wo wir alle geglaubt haben, das ist der nobelste Verein der Welt und da hat man rausgefunden, dass das dann doch nicht so ist. Und es gibt ganz viele gute Beispiele von kleinen Marken und kleinen Brands, die den Großen den Rang abgelaufen haben, weil sie einfach ehrlich kommuniziert haben, zugehört und gefragt und reagiert. Und ich glaube, das ist ein absoluter Trend. Sprich mit deinem Kunden und sei da, wo er ist und dann wird man davon kommen. Das wird auch eine Regel sein, die bestehen bleibt, ja. Da bin ich fest von überzeugt. Damit werde ich in Rente gehen. Ja, also merkt es in Gesprächen, wie ich eingangs vorhanden habe. Ja, und Zielgruppen müssen Kundenzugänge sein und die bekomme ich nicht geschenkt. Darum muss ich kämpfen und darauf muss ich aufpassen. Das ist ein Schatz. Und auch wenn wir als Vertriebler oft sagen, das Einzige, was stört, ist der Kunde, ich glaube, das sollte man einfach mal ein für alle Mal in den virtuellen Mülleimer schmeißen und nie wieder rauslassen. Denn wofür machen wir die ganze Show? Nur für unseren Kunden. Und wenn wir das alle beherzigen, in Vorstandsebenen, in Marketingabteilungen und in Salesabteilungen, dann ist das der Trend, der schon lange gilt, aber der mittlerweile so wichtig wird, weil ich keine Chance mehr habe, am Kunden vorbei zu organisieren und ihm dann zu sagen, oh, haben wir schon schön gemacht. Das weiß er, das merkt er. Das hat Digitalisierung gemacht. Unternehmen sind greifbar und durchleuchtbar. Und egal, was du tust, dein Kunde wird es merken. Und wenn du es gut tust, dann tut der Kunde dir gut. Und wenn du es schlecht tust, dann kommt er nicht mehr. Guter Schlusssatz, Herr Straubel. Herzlichen Dank. Danke Ihnen, Herr Blücher. Liebe Zuschauer, mehr Infos zum Thema wie gewohnt auf unserer Webseite www.dwc-digital.com Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Herzlichen Dank. Vielen Dank.